Ganz viel Leid, falls gescheit, an der Freude, liebe Leid. Es ist unsere Aufgabe hier und eine unserer, wenn nicht die, der Hauptauftrag oder die Hauptaufgabe, Freude in die Welt zu bringen. Das heißt, uns des Lebens zu freuen, in uns glücklich zu sein, uns wohlzufühlen, zu singen, zu jodeln, zu tanzen, Gaudi zu machen, einen Spaß zu haben. Einen Spaß aus uns, also nicht Spaß, indem ich mit einem 20 Liter verbrauchenden Benzinschleuder durch die Gegend fahre, aber wenn das Spaß macht, dann wird es wahrscheinlich auch jetzt momentan zum Schöpfungsplan gehören. Sondern einfach Spaß zu haben, weil wir selber den Spaß in uns tragen. Also die Freude, die Lebensfreude ist der größte Heiler, den es überhaupt gibt. Menschen, die Lebensfreude empfinden, sind erstens in der Regel basisch, die übersäuern nicht, vom Körper her nicht und die ernähren sie im Endeffekt auch nicht übersäuert. Dann sind Menschen, die Lebensfreude in sich tragen, meistens auch von Menschen umgeben, die Lebensfreude aushalten oder sogar selber Lebensfreude ausstrahlen nach dem Gesetz der Resonanz. Und wenn du mit Menschen dich umgibst, die Lebensfreude ausstrahlen und deren Spaß haben am Leben, dann mehrt sich diese Freude und dieser Spaß um dich. Und das ist einfach wie eine riesengroße energetische Blase, die dem Großen und Ganzen sehr, sehr dienlich ist, weil wir sind auf der Welt, um Spaß zu haben. Wir sind auf der Welt, um Freude zu empfinden. Wir sind auf der Welt, um glücklich zu sein. Und irgendjemand hat uns irgendwann mal gesagt, dass dem nicht so ist und dass das nur für andere was wäre. Und das ist schlichtweg gelogen. In diesem Sinne wünsche ich dir heute ganz viel Freude. Servus. Servus. Servus.